Ich bin Frank Hannecht. Ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger und ich bin auch ehrenamtlicher Feuerwehrmann. Im aktiven Dienst im Übrigen. Ich rücke auch mit aus, beschäftige mich mit dem Thema, soweit ich das kann. Ich bin kein ganz toller Feuerwehrmann, bin Truppmann zur Ausbildung noch. Und ich werde mit Sicherheit mit meinen fast 50 Jahren auch keine große Karriere bei der Feuerwehr machen. Aber ich finde es eine wichtige Geschichte, dass wir Ehrenamtler der Bevölkerung auch was zurückgeben, dass wir helfen, dass wir unterstützen. Es ist auch ein schönes Gefühl, das zu tun. Und ich mache dafür auch immer Werbung. Ich mache auch immer Werbung für mehr Respekt für die Ehrenamtler. Weil wir Retter, wir Feuerwehrleute, wir Rettungssanitäter, First Responder, jeder Art bis hin zum THW und so weiter, sind ja auch immer wieder solche Respektlosigkeiten und Angriffen ausgesetzt. Aber jetzt macht mir doch was Sorgen. Respekt kann ich nur einfordern, wenn ich auch selber mich entsprechend verhalte. Und da gibt es ein kritisches Thema. Ich habe gerade gelesen, in einem Amtsgericht in einer fränkischen Kleinstadt oder Mittelstadt sind Feuerwehrleute verurteilt worden, weil sie im Rahmen eines Scherzes einen Kollegen mit einem Schaummittel, also einem Löschmittel, besprüht haben. Der Feuerwehrkollege ist daraufhin krank geworden. Der erlitt in eine posttraumatische Belastungsstörung. Er war acht Monate krank und konnte nicht arbeiten. Und jetzt gab es nun die Verurteilung. Dazu muss man wissen, eine solche Verurteilung bei so einer leichten Körperverletzung oder bei so einem geringen Delikt wird nur auf Antrag verfolgt. Das heißt, der betroffene Kollege hat seine Kameraden angezeigt. Er hat sie angezeigt, hat einen Strafantrag gestellt und hat gesagt, ich will, dass die Kameraden verurteilt werden. Und genau da liegt für mich der Haken. Das Thema grobe Scherze ist immer wieder ein Thema. In der Bundeswehr, in der Polizei, in der Feuerwehr. Immer da, wo solche Gruppen von Leuten sind, die unter erheblichem Stress stehen, wo Zusammengehörigkeitsgefühl eine Rolle spielt, wo einer sich auf den anderen verlassen muss, wo es um Leben und Tod geht im direkten Sinne. So ist es ja nun mal, wir Feuerwehrleute. Wir rennen ja da rein, wo alle anderen rausrennen. Da muss man sich sehr auf seine Kameraden verlassen können und dieses Verlassen wird manchmal auch auf die Probe gestellt durch recht grobe Scherze. Das ist auch nicht respektvoll. Ich finde das auch nicht so cool. So ein Löschmittel ist also ätzend und unangenehm auf der Haut. Aber ich will eigentlich hier in die Runde mal die Diskussion aufbringen oder in der Runde die Diskussion aufbringen, ob denn das Verhalten des angeblich verletzten Kollegen so korrekt ist. Ist das denn ein Zeichen von Respekt meiner Kameraden, die es mit so einem Scherz zugegeben vielleicht übertrieben haben, dann anzuzeigen? Ist das das Bild, das eine Feuerwehr, eine Gemeinschaft von Rettern, von First Respondern nach außen ausstrahlen will? Wir zeigen uns dann an wegen so einem Kiki-Kram? Bin ich denn, nachdem mich Kameraden mit Schaummittel vollgesprüht haben, für acht Monate krank wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung? Was macht denn der Kollege, wenn er mal zum Dachstuhl muss oder in den Wohnungsbrand? Geht er dann gleich in die BU-Rente? Ich meine, wir sind Feuerwehrleute. Da gehört auch dazu, dass man irgendwie, ich sag's mal drastisch, irgendwo auch ein bisschen Arsch in der Hose hat, oder? Dass man die Dinge auch mal durchzieht, dass man sich auch respektvoll benimmt, aber auch Respekt einfordert. Das gehört auch dazu. Wir wundern uns darüber, warum wir als Männer immer weniger ernst genommen werden, warum wir immer mehr als Weiche verschrien werden, ja, warum Zuwanderer aus dem arabischen Raum hier sozusagen die dicken Babos sind und die Machos und uns zeigen, was sie für große Eier haben, aber wir selber werden doch immer Weicheicher. Wie kann ich denn als Feuerwehrmann nach der Hilfe des Staates schreien, weil Kollegen einen Scherz mit mir gemacht haben? Wie kann ich mich denn erdreißen, acht Monate lang krank zu sein wegen einer posttraumatischen Belastungssteuerung, weil Kollegen mit mir so einen Scherz gemacht haben? Doch nicht als Feuerwehrmann, kann ich nicht ernst nehmen. Also ich weiß, dass das ein kritischer Beitrag ist, aber ich will ihn trotzdem machen, weil ich halt glaube, wir sollten in vielen Dingen, die wir tun, nicht immer nur fordern, sondern auch geben. Fordere ich Respekt von anderen ein, muss ich halt auch ein bisschen stärker sein, die Schultern auch mal breit machen, auch mal geschlossen stehen. Ja, auch als Feuerwehr zu sagen, ja, das stecken wir weg, das lösen wir intern, das lösen wir innerhalb der Wehr. Solche Probleme kann ich mit meinen Kameraden intern klären. Das macht doch eine Truppe stark und nur eine starke Truppe hat auch Respekt verdient. Das ist meine persönliche Meinung. Dieser Schrei nach Papi Staat, der immer sofort bestrafen soll und der machen soll, der geht oftmals auch nach hinten los, weil wir Respekt damit auch einbüsen. Das ist vielleicht ein Beitrag, der nachdenklich machen kann und soll und ich würde mich sehr über eure Meinung dazu freuen. Melanie Schone hat mich richtig nach. remember... ...